Herzlich willkommen zum vielleicht eventuell besten Serien-Podcast der Welt. Wir haben heute bei Reingeschaut, glaube ich, Spanische Wochen, nachdem wir letztes Mal High Seas hier besprochen haben. Bitten wir uns heute der dritten Staffel von Haus des Geldes, Netflix Original aus Spanien. Mal ganz kurz zu den Formalien. Am 19.07.2019 ist die dritte Staffel dann rausgekommen, hatte insgesamt acht Folgen. Und ich habe mir natürlich pflichtbewusst alle acht Folgen angeguckt, genau wie mein heutiger Gast. Simon, schön, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, natürlich. Reden wir erstmal. Bevor wir uns jetzt, sag ich mal, über die erste Folge auslassen, die, wie ich fand, schon mal ziemlich deutlich auch gemacht hat, wohin es in der Staffel geht. Lass uns mal ganz kurz auf das Finale der zweiten Staffel eingehen. Da war es ja so, dass der Überfall ist geglückt und sie sind aus diesem Lagerhaus gekommen. Hattest du damals schon irgendwie Vorstellungen, wie es hätte weitergehen können? Also ich habe mir eigentlich gedacht, danach könnte es gut vorbei sein, aber dann sieht man in Staffel 3, dass sich alles doch ein bisschen ändert. Stimmt. Ich dachte auch so, ja, jetzt ist tschau, jetzt ist vorbei, sie verlassen das Haus, so dir geglückt. Und ich glaube, es ist noch zu sehen, wie die Inspektora da den Professor findet auf einer Insel. Oder auf jeden Fall irgendwo in einem entfernten Land, im Exil, könnte man ja sein. Der ist ja, nachdem die diese Postkarten da zusammensetzt, dann dann sich entscheidet, doch auf die andere Seite zu wechseln. Ja, genau, stimmt. Das fand ich ein bisschen vorhersehbar. Ja, das war auf jeden Fall vorhersehbar, schon als die Romance angefangen hat. Ich hätte jetzt nicht gedacht, also in meinen Augen, und ich denke mal, das ging den meisten so, die die Serie geschaut haben, hätte man keine dritte Staffel gebraucht. Also für die Zuschauer hätte man auf jeden Fall eine dritte Staffel gebraucht. Warum das? Für die Zuschauer. Die Serie 1 und 2, also die Staffeln 1 und 2 waren so gut und haben selbst mich als Nicht-Serienfreund mitgerissen. Ja, das muss ich mal ganz kurz erwähnen hier. Ich kenne Simon ein bisschen länger. Und Simon ist so eigentlich der letzte Mensch, von dem ich erwartet hätte, er wird hier in den Podcast kommen, weil du ja gar nicht so mega der Serienfreund bzw. der Film-, Fernsehen-, Kino-Freund bist. Aber aus des Geldes hatte ich dann überzeugt, das muss ja schon mal ein Qualitätssiegel, sage ich mal, sein. Aber ich finde das gar nicht, dass es eine dritte Staffel gebräucht hätte und ich glaube, das ging auch den meisten so, weil es war ja, ich fand, es sah so aus, als wäre die Serie für diese zwei Staffeln konzipiert worden. Also dieser eine Überfall. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass es eine zweite Staffel gibt und wenn hätte ich gedacht, dass die vielleicht darin besteht, dass die halt einfach auf der Flucht sind. Ja, so dachte ich auch, als ich die erste Staffel hätte. Da hätte ich auch eigentlich so ein bisschen, also hätte ich gedacht, wenn eine dritte Staffel dann auf der Flucht so vor der Polizei, Interpol, hätte ich gedacht, das wird ganz cool. Aber es ist ja doch ganz anders gekommen. Und ich glaube, was auch viele genervt hat, das einfach so scheint. Es war natürlich ein Megahit für Netflix, dass es einfach so Geldmacherei ist. So Vorwürfe, die man eigentlich häufig hört, jetzt auch bei Stranger Things oder so. Naja, da habe ich mir die erste Folge angeguckt. Weißt du noch, was deine Eindrücke waren? Also die erste Folge, dritte Staffel. Die erste Folge, dritte Staffel, dachte ich, eigentlich ist die Serie ja jetzt schon vorbei. Also alle leben in einem schönen Ausland, leben zusammen irgendwie. Rio und Tokio sind glücklich vereint auf ihrer Insel. Aber dann kommt es in Folge 1 ja schon ein bisschen anders, nachdem Tokio sich entscheidet, Rio zu verlassen. Stimmt. Und ganz am Anfang war ja noch Arturo, ich weiß nicht, wer sein Nachname ist, Arturo, der Bankdirektor, der erstmal einen optischen Upgrade bekommen hat. Ja, stimmt. Und seine Heilen, also Heilen gefüllt hat, sage ich mal, mit seinen Geschichten. Und genau, man sieht, wie die im Ausland leben. Sind ja Paare, bis auf Helsinki und Nairobi. Ja. Und ich muss sagen, ich finde dieses Leben, was Tokio und Rio leben, gar nicht mal so geil. Also ganz ehrlich, die sind zwei Jahre auf einer Insel. Und mit so Eingeborenen, okay, mit denen kann man sich unterhalten, die können die Sprache sprechen, ne. Aber das ist doch halt echt todeslangweilig so. Ja gut, aber die haben ja klare Instruktionen vom Professor bekommen, wie sie zu leben haben. Aber die gehören wahrscheinlich zu den reichsten Menschen der Welt. Ja, und leben auf so einer kleinen Insel. Leben auf so einer kleinen Insel. Und haben dann noch nicht mal eine Villa oder so. Und weiß ich nicht. Also ich habe kein Haus, doch so ein kleines Haus wird mal angedeutet, so eine Hütte eigentlich. Ja, ist ja mehr so eine Hängenmatte, der Helfnis. Ich frage, hätte man dafür so viel Geld gebraucht? Nein, aber es lebt sich mit Geld, denke ich, einfach besser. Ja, aber wofür gehen die das aus? Das Geld, ich frage mich auch, wie die die Lebensmittel bekommen. Weil es kommen ja eigentlich kaum Besucher. Ja, die, ja. Die freuen sich ja sehr über Besucher, wenn die kommen. Vielleicht schon, dass die Einheimischen irgendwo auf so einem lokalen Markt. Ja, es sind jetzt auch nicht viele Einheimische. Da waren aber ein paar. Also so fünf, sechs, aber jetzt nicht so. Glaubst du, die haben auch mit auf der Insel gelebt? Ja, ich glaube schon. Weil ich habe keine Boote gesehen, die angekommen sind. Ich auch nicht, was auch. Und die hatten auch selber kein Boot, kann das sein? Also kein Motorboot auf jeden Fall. Was ich ziemlich dumm finde. Also ich hätte mir auch ein Boot, einen Helikopter oder sowas. Ja, aber sowas von. Es kann ja halt immer mal sein, dass die Polizei kommt, ne? So wie es auch passiert. Die kann, muss ja nicht gerufen, die kann einfach mal zur Kontrolle kommen, so, ne? Und da, weiß ich nicht, gucken, ob da irgendwie illegal ist. Ob alles rechtens ist. Ja, muss ja, ne? Dann hätte ich mir ja schon mal safe ein Motorboot irgendwo besorgt. Also ich hätte mir... Wenn ich so reich wäre, würde ich mich ja ein bisschen absichern. Und alles scheint ja perfekt. Bis dann Tokio, die mir auch irgendwie unsympathisch geworden ist in der Staffel, können wir noch später drüber reden. Dann sagt, tschau, ich bin weg. Das ist was, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Nach zwei Jahren auf dieser Insel. Kann ich auch nachvollziehen. Wird ziemlich langweilig, glaube ich. Aber das, finde ich, hat auch gepasst, weil sie hat eigentlich diesen ganzen Plan vom Professor... Der hat wahrscheinlich Instruktion gegeben, bleibt auf der Insel. War sie ja wahrscheinlich diejenige, die dann den gebrochen hat. In der ersten Staffel hat sie ja auch ein bisschen immer so rebellisch gegen den Plan gemuckt. Ja, das passiert ja auch in der Staffel 3. Ja, und da war so der Punkt schon so... Da ist die mir so ein bisschen unsympathisch geworden. Also sie bricht erst mal die Regel vom Professor, der alles bedacht hat. Und geht dann einfach weg. Wo wir bei Charakterentwicklungen sind... Lass uns mal ganz kurz bei Tokio bleiben. Die einfach, finde ich, mega frech so geworden ist zu allen und so. Und ich finde sie so einer der unsympathischsten Figuren geworden. Also ich finde es immer sehr phasenweise. Man muss ja mal bedenken, die Namen dieser Charaktere spiegeln ja die Städte wieder an... Die an Charakter werden durch die Städte so wiedergespielt. Das heißt, Tokio ist ja relativ impulsiv und so. Drio ist zwar... Meinst du? Das ist mir gesellschaftlich aufgefallen. Also ich finde, Berlin ist zum Beispiel relativ kalt, wie man generell Berlin kennt. Grau, trist und auf Fakten basiert. Der trifft keine... Also er trifft ja wirklich kaum eine Entscheidung emotional, außer in Staffel 2. Beim Ende des Heißts. Und Helsinki ist auch relativ entspannt, sagt nicht viel. Also wie man die nordischen Menschen einschätzt. Also ein bisschen rau, Oslo auch. Und deswegen, finde ich, kann man sagen, dass bei Tokio ist eigentlich klar, war, dass irgendwann mal was passiert. Okay, das stimmt. Und das würde ja auch bei Denver... Denver, ja. Was würdest du dazu sagen? Ja, also habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so drüber Gedanken gemacht. Okay, Denver kennt man nicht. Und Nairobi? Vielleicht schon ein bisschen wild, lustig drauf. Ja, aber halt auch relativ ausgelassen so. Das stimmt. Das könnte ich... Und Stockholm? Stockholm auch relativ kalt. Aber ich glaube, dass sie vielleicht wegen dem Stockholm-Syndrom so heißt. Und das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, dass... Und Lissabon schon ein bisschen Hauptstadt Portugal ist ein bisschen mehr Temperament so. Ja, ist ja auch... Aufpassen. Gut beobachtet. Charakterentwicklung am besten gefallen. Aber die von Denver, muss ich sagen. Weil er ist Vater geworden. Er ist... Also am Anfang sagt er ja zu Stockholm, also bleib hier, bleib bei dem Kind. Der wurde erstmal so hart kritisiert, weil er davor gesagt hat, die soll hierbleiben so. Aber jetzt abgesehen davon, die Tatsache, dass er sich so um das Kind sorgt, finde ich schon, ist schon eine positive Charakterentwicklung. Er übernimmt einfach Verantwortung. Er ist auch in der Geiselnahme, ist da glaube ich so ein IT-Praktikant, der da so eine aus der... So eine andere Geisel ziemlich toll findet. Da gibt er ihm ja auch so Tipps und so und lässt ihn den Helden spielen. Also Denver, finde ich, hat so die beste Entwicklung durchgemacht. Ja, also Denver ist ja von so einem kompletten, miesepetrigen Menschen, der irgendwie was mit einer Geisel anfängt in Staffel 1 und 2, halt wirklich zu diesem Familienvater geworden. Der versucht, Verantwortung zu übernehmen, aber aufgrund seiner Vorgeschichte das nicht kann. Und ich glaube, der Tod seines Vaters, der durch Tokio auch verschuldet ist in Staffel 2, hat ihn vielleicht auch zum Nachdenken bewegt. Das kann sein. Und die anderen, finde ich, sind so geblieben eigentlich. Oslo, heißt der Oslo, der noch am Leben ist? Oder Helsinki? Helsinki ist ja mit Nairobi in Argentinien oder sowas. Die haben auch so eine komische Beziehung, finde ich, zueinander. Aber ich finde, das ist eine echt coole Beziehung. Also es ist ja von Anfang an klar, dass Helsinki nicht auf Nairobi steht. Ja. Aber man merkt schon, dass Nairobi ihm sehr zugewandt ist. Aber wir sind einfach auch nur sehr gute Partner, weil die haben ja immer sehr lange zusammen gelebt. In Staffel 3 kommt ja raus, dass Nairobi von Helsinki mehr will als nur eine Freundschaft. Das stimmt. Und wir haben auch einige neue Figuren, auch neue Kriminelle, sage ich mal. Ah ja, ganz kurz müssen wir noch reden. Es wurde ja auch enthüllt, dass Berlin der Bruder vom Professor ist. Und ja, fand ich interessant, diese Wendung, habe ich nicht mitgerechnet. Na, die kannten ihre Vornamen zum Beispiel schon. Ja, das war, aber ich dachte erst, der Professor wäre schwul und hätte deswegen was mit Berlinern gefangen. Ja, das stimmt. Und deswegen würde sich am Anfang auf jeden Fall... Ähm, aber ich fand, ganz ehrlich, das hat die Story an sich jetzt nicht bereichert, dass rauskommen ist, boah, die sind Brüder. Ich meine, Berlin ist ja tot. So. Also, was eigentlich relevant war, ist ja jetzt der neue Kriminelle, der einsteigt, der ja mit dem Bruder vom Professor eine sehr lange Freundschaft oder sowas gepflegt hat und deswegen ja jetzt mitmacht. Da ist, das stört mich ein bisschen, er wirkt ein bisschen wie ein Berliner Satz. Er hat sehr ähnliche Charakterzüge wie Berlin, er ist wieder der Chef der Gruppe und der hat auch irgendwie mit dem Professor schon was zu tun, so. Also ist mit ihm näher als die anderen und das, fand ich, war so ein bisschen plump ersetzt einfach, als ob man sich so ärgert, dass man Berlin hat sterben lassen. Na, ich fand, Berlin ist schon ein sehr anderer Charakter gewesen. Ich finde, Berlin ist vielleicht noch ein bisschen krasser in dem, was er tut. Also, ich finde, Berlin ist wesentlich beherrschter als der Chef. Finde ich ungegelt. Ich finde, Berlin ist vielmehr der Psycho. Ich meine, etwas mit einer Geisel, der sich, ich sag mal, genötigt, zumindest, also mindestens genötigt, wenn nicht mehr. Und hat auch so Psychospielchen gemacht, während der andere irgendwie mehr darauf fixiert ist, finde ich, den Plan durchzuziehen. Aber er tut das auf jeden Fall wesentlich brutaler als Berlin. Brutaler? Also, am Anfang die Schießerei mit den Sicherheitsleuten. Ja, ich finde, das hätte Berlin, aber der hätte die einfach getötet, glaube ich. Also, ich glaube, dass Berlin am Anfang sehr, also Berlin macht generell nichts ohne Grund. Hat nicht Berlin auch einen getötet? In welcher Staffel? In der zweiten, aber in der ersten. War das nicht so? Kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Nee, dann war es nicht so. Ja, finde ich, war so ein bisschen ersetzt. Ich finde es ziemlich cool, dass jetzt die Monika Gastambide, a.k.a. Stockholm, dabei ist. Weil die ist auch so eine eher sehr ausgleichende Persönlichkeit. Und ich sage mal, anführungszeichen, ein bisschen langsamer. Was, finde ich, der Gruppe auch gut tut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in Staffel 4, die es ja wahrscheinlich geben wird. Nee, muss. Muss eigentlich. Ja. Dass das ein Mitglied wird, das sehr viel Schwäche zeigen wird. Und dass das vielleicht der Grund sein könnte, warum sie diesmal nicht wegkommen. Nee, ich glaube, die Schwachstelle von dem Team ist natürlich einmal Nairobi, haben wir gesehen. Es ist ganz klar, die Schwachstelle ist alle, die irgendwie Personen, die ihnen wichtig sind, außerhalb dieses Gebäudes haben. Und das sind Lissabon vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie die Beziehung zu ihren Eltern ist oder ob sie geschwistert oder so. Aber das ist Nairobi, die ja auch in einer der letzten Folgen mit diesem Teddybär da in Zeichen, auch in Zeichen irgendwo gesendet worden ist. Ich finde es sehr perfide, muss ich sagen. Ja, lassen wir mal über die neue Polizei reden. Und das muss ich sagen, in den ersten zwei Staffeln war das so, die Polizei hat auf alles reagiert, was die Einbrecher gemacht haben. Und es gab nur selten, dass die Polizei mal, sage ich mal, einen Angriff gestartet hat, der keine Reaktion auf etwas von den Geiselnehmern war. Und das, finde ich, hat sich jetzt in der dritten Staffel geändert. Das vielleicht auch, weil der Plan nicht vom Professor selber war, aber dass die Polizei weiß, mit welcher Art von Geiselnehmern sie es zu tun hat. Also mit Leuten, die alles durchgeplant haben. Und allein schon der, in den ersten Folgen der neue Inspektor, also nicht der, der in der ersten und zweiten Staffel das gehalten hat, sondern ist ja ein anderer. Ja, der wird ja ersetzt. Und der ist erstmal ein bisschen brutaler. Die sind ja alle ein bisschen brutaler in der Staffel 3. Also alle brutaler als die Inspektora und auch als die Chefs vom Geheimdienst. Und ich glaube, der von dem spanischen SEK oder was das ist, der ist ja auch ziemlich gemäßigt in den ersten zwei Staffeln, sage ich mal, gewesen. Ja, aber in der zweiten Staffel hat man ja gesehen, dass er ziemlich hingehalten wurde. Und was jetzt sein Ruf vielleicht nicht so förderlich war. Das stimmt. Und dann kommt, also er war schon in der neuen, in der dritten Staffel, der Inspektor da, der war schon brutaler. Der wollte das mehrfach stürmen und so. Und dann kommt ja diese Frau, die ja, wie heißt der, Rio gefoltert hat, übernimmt so die Ermittlungen. Und diese Frau ist dem Professor ebenbürtig. Also sie ist ihm gewachsen, aber sowas von. Was ich sehr merkwürdig finde, in dem Moment, wo Berlin ein ganzes Treffen mit den Leuten hat, als er noch lebt und seine neue Freundin vorstellt in diesem Kloster. Ja. Da kommt eine Frau vor und diese Frau sieht exakt so aus. Ist sie das vielleicht? Ich habe mich gefragt, ob sie das ist. Ich glaube, es ist sie, oder? Das wäre natürlich eine ziemlich krasse Wendung für Staffel 4, wenn auch jetzt die Polizei mit eingeplant gewesen wäre. Dann fände ich, da gibt es aber gar keinen Gegenspieler mehr. Wo ist dann die Spannung so? Naja, in Staffel 2 ist es ja ähnlich. Also die Inspektora wird ja auch mehr oder weniger eingebaut. Ja, aber erst nachher. Also schon während dem Ende des Heils. Ja, ganz am Ende. Aber dass sie wirklich aktiv gegen die Polizei arbeitet, kommt das Ganze am Ende. Und zumindest in der ersten Staffel ist sie ja voll bei der Polizei dabei. Aber ich bin mal trotzdem gespannt, wie sich das mit der neuen Ermittlerin da entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Klar, ihre Methoden sind sehr fragwürdig irgendwo, sind sehr hart. Aber sie sind dem Professor gewachsen und der Professor hat nicht damit gerechnet. Er hat zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass damit gedroht wird, die Familie von Lissabon, also Raquel, ausfindig zu machen und in Gefängnis zu sperren. Was natürlich irgendwie krass ist, weil das ist eine ältere Frau und ein Kind. Das kann er nicht bringen, aber damit hat der Professor halt nicht gerechnet. Denke ich mal, dass die sich auch über vielleicht sogar die Gesetze stellt. Aber es ist natürlich auch nicht sein Plan, was man da bedenken muss. Natürlich frage ich mich dann, warum hat er diesen Plan nicht weiterentwickelt, wenn er diesen Plan in Anführungszeichen freigibt. Ja, wir hatten ja einen Zeitmangel. Aber er hätte den Plan, glaube ich, mit seinem Talent trotzdem entwickeln können. Okay, aber die paar Monate mehr, die sie entwickelt hätten, wäre halt Rio noch in dieser Zelle. Ja gut, aber dann sehen wir das Problem eigentlich schon, dass wenn Tokio nicht weggegangen wäre oder wenn Rio diese Telefone nicht gekauft hätte. Also eigentlich sind Rio und Tokio selber schuld. Und meiner Meinung nach hätten man nicht helfen sollen, wie Danwa das dann auch sagt, als alle vereinigt werden und dann die beschließen, Rio rauszupressen. Ja, ja, ich kann es schon verstehen, dass sie ihnen helfen wollen. Aber gerade, ich meine, einer von ihnen ist Vater. Die hätte ich auch an der Stelle des Professors gar nicht eingebunden, wenn ich weiß, dass sie Vater sind. Weil es kann er halt echt, er sagt ja selber, die Chancen liegen unter 50 Prozent, dass sie da leben, wieder rauskommen. Und da finde ich schon ein bisschen, ein bisschen verantwortungslos, sage ich auch vom Professor ein bisschen kühl. Genauso kühl, dass er vielleicht Lissabon da mit reinzieht, die er auch Kind und Familie hat. Ja, generell würde ich auch sagen, der Professor wird immer kälter im Laufe der Staffeln. Also am Anfang ist er ja, kümmert er sich ja sehr und möchte nicht, dass Leute zu Schaden kommen. Das möchte er generell, während den heißt es nicht. Ja, aber möchte er das der Menschen willen oder möchte er einfach, damit er in der Bevölkerung gut darstellt und dass das vielleicht mit zu seinem Plan gehört? Ich kann mir vorstellen, dass beides da ist. Auf jeden Fall ist es ein Mittel, um die Bevölkerung auf seiner Seite zu halten. Wie am Anfang wir ja sehen, auch mit dem Zeppelin, was über die Zentrale... Ja, aber das gehört ja zum Plan. Das war ja nicht, um den Menschen was Gutes zu tun. Aber er hat die dadurch trotzdem auf seine Seite bekommen. Ja, schon. Und da wären wir auch beim nächsten Punkt. Und zwar ist das mir schon in der ersten Folge aufgefallen, als Tokio da durch diese Gassen von, ich glaube, Buenos Aires war das, flieht. Und da an der Wand steht so, kein Cop ist dein Freund. Halt auf Spanisch, aber da war eine deutsche Übersetzung da drunter. Und das, fand ich, war so ein Satz, der leider für die ganze Staffel so gezählt hat. Weil man sieht ja auch, dass vor der Bank da Menschen dafür, für die Geiselnehmer protestieren, dass sie Rio zujubeln. Ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen? Also mir ist dieser Satz natürlich aufgefallen, aber ich hätte den Satz jetzt nicht auf die Polizisten bezogen, die dort davorstehen und am Ende auch Nairobi zumindest anschießen. Wir wissen ja nicht, wie es endet. Ja. Ich hätte den Satz eher auf Lisbon bezogen, weil sie auf die Frau... Lissabon. Lissabon, genau. Wie auch immer du das gerade ausgesprochen hast. Lissabon. Ah. Ja, die nennen die doch manchmal Lisbon. Auf jeden Fall Lissabon. Aha. Weil die ist ja auch ein Cop. Die ist ein was? Ein Cop. Ach so, Lissabon, ja. Ja, ja. Ein Polizist. Okay, Simon, bringt dir ein bisschen international Flair rein hier in die Sendung. Ich nehme einfach zufällig irgendwelche Wörter in Englisch übersetzt. Ja, ich muss sagen, ich habe die Staffel auf Englisch geguckt. Die ganzen Staffeln. Ganz kurz, wer Serien auf Englisch guckt, ähm... Na, in Spanien kann man den übrigens noch auf Spanisch gucken. Angeber, angeber. Auf jeden Fall habe ich diesen Satz eher auf Lissabon bezogen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Lissabon die doch verrät. Weil sie einfach aufgrund ihres Kindes und ihrer Mutter einfach aufgibt. Das kommt schon ein bisschen so rüber. Das ist schon ein guter Deutungsansatz. Das wird auch ab und zu thematisiert. Und sie ist jetzt auch in Gewalt der Polizei. Nee, was ich halt finde, dass die Bevölkerung richtig gegen die Polizei ist. Und ich finde, da wird so ein Motiv gezeichnet, dass die Polizei böse ist. Und wenn man sich das mal, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, für wen du jetzt in der dritten Staffel oder vielleicht auch in der ersten beiden so mitgefiebert hast, wem du es gegönnt hast, das zu gewinnen. Das waren ja wahrscheinlich die Geiselnehmer. Also ich muss sagen, in der ersten Staffel dachte ich mir, Berlin ist schon so eine Person, die gefällt mir gar nicht. Aber in der zweiten Staffel, also das Ende fand ich nicht gut. Ich hätte Berlin nicht sterben lassen als Produzent dieser Serie. Aber du hast schon für die Geiselnehmer mitgefiebert. Aber Berlin auf jeden Fall. Ja, bei mir war es so zielgespalten. Eigentlich ist es ja total seltsam, dass man für die Geiselnehmer mitfiebert. Weil in jeder Serie, in dem Film ist es so, die Polizei ist die Gute und fängt in die und man fiebert für die Ermittler mit. Und das ist halt bei Haus des Geldes gar nicht. Vielleicht, weil die auch so ein bisschen auch sympathisch gemacht sind und sie wollen keinen umbringen. Und man weiß ihre Hintergrundgeschichte. Aber man muss halt bedenken, auch, ich fand es einfach krass, ich stelle mir vor, das wäre echt, dass die Leute diesen Gefangenen dazu jubeln, wie es bei Bonnie und Clyde war. Es ist ja genau das Gleiche. Einfach sind ja Geiselnehmer, die einbrechen, die den Staat und damit auch irgendwie die Gesellschaft beklauen, die Geiseln einfach nehmen und die total dem, jetzt vielleicht nicht körperlichen, aber einen psychischen Druck, sage ich mal, aussetzen. Berlin, die auf Leute schießen, auf Sicherheitsbeamten. Die und in der ersten Staffel sogar eine Geisel irgendwie, ja, genötigt haben, sexuell. Und diesen Leuten wird so zugejubelt. Aber es ist ja viel, was nicht in die Öffentlichkeit gelangt. Zum Beispiel diese Nötigung. Also am Anfang wird ja zum Beispiel diese... Die hat doch überlebt. Dann hat die das wahrscheinlich publik gemacht. Oder vielleicht auch nicht. Na, das weiß ich nicht, weil Arturo, der Bankdirektor, da hat sich ja da ganz hoch aufgeschwungen und ist ja jetzt Motivationscoach geworden. Der hat auf jeden Fall daraus Kapital geschlagen. Das ist eine Person oder ein Charakter, den ich gar nicht mochte. Und seine Aktion, dann da doch noch reinzuspringen, Staffel 3. Ich weiß nicht, ob das jetzt so nötig war. Auch aus menschlicher Sicht betrachtet, wäre es total dämlich. Aber trotzdem, ich finde es einfach krass, dass die Bösen als Helden dargestellt werden. Und auch da in der Serie von der Bevölkerung da gefeiert werden. Bin mal gespannt, wie das gelöst wird. Man hat das ja in Staffel 1 versucht zu unterbinden, die man so Falschaussagen verbreitet hat über Berlin. Hat man ja gesagt, der wäre... Ja, Kinderhändler, Human Trafficking und so weiter, ja. Ja, da haben die es ja schon versucht. Und, naja, muss ich noch eben sagen. Hast du Lieblingsclou, sag ich mal, ein Haus des Geldes? Oder von der Polizei oder von den Geiselnehmern? Einen Hinweis meinst du? So eine Aktion, die die gebracht haben, um die andere Seite zu schaden. Also ich muss sagen, in Staffel 3, natürlich, wie das Gold geraubt wird, ist natürlich... Das ist krass. Das ist eine eigene Liga, aber das sind die Heiß-CAE. Und da muss ich sagen, das mit der Ratte oder dem Wiese oder was auch immer das war, dass sie durch diese Röhren da schicken, ist auch schon ziemlich gewitzt. Aber mein Highlight ist eigentlich, dass selbst in der dritten Staffel Spezialeinheiten ohne wirkliche Verletzungen ausgeschaltet werden. Ja, das stimmt. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend, dass das nach einer so langen Jagd immer noch funktioniert. Und das ist auch wichtig, ich glaube, wenn sie einen Polizisten oder einen von der Spezialeinheiten töten würden, dann würde das, glaube ich, in der Bevölkerung schon irgendwie auch umschwingen, weil die dann sehen, dass die Leute töten so. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend. Und auch wenn sie eine Geisel töten. Ja, ja, ich weiß, was man sagt, aber das ist denen auch, glaube ich, wichtig. Also richtig, richtig für den Plan. Ich finde es eigentlich beeindruckend, dass sie es hinbekommen, das ohne Verletzungen zu machen. Dass sie immer irgendwie einen Weg finden, trotzdem noch die O-Bahn zu behalten. Bis auf am Schluss, das wissen wir ja nicht, wie es ausgeht. Auf jeden Fall. Mein Lieblings-Clou ist, der ist tatsächlich von der Polizei, von dieser neuen Leiterin. Da sind ja diese roten Kästen, wo Staatsgeheimnisse drin sind. Und wo gesagt wird, dass die den spanischen Staat und auch die ganze Europäische Union massiv belasten. Und dass dann so eine ganz klare Taktik kommt, dass sie vorher schon ganz viele gefälschte Dokumente rausgeben. Dass man nachher gar nicht mehr sagen kann, was war und was falsch ist. Und das, glaube ich, ist so bisher das Cleverste. Also zumindest von der Polizei in Haus des Geldes. Wenn von der gesamten Staffel so die beste Aktion. Ja, ich finde auf jeden Fall, es ist eine Aktion, wo man sehen kann, dass sie dem Professor mindestens ebenwürdig ist. Und sie drängen ihn ja auch in die Ecke. Ich meine, wir sprechen gleich noch über das Ende und wie es weitergehen könnte. Aber das ist schon eine Aktion, wo sich, glaube ich, dem Professor sehr wehgetan haben. Und ihn da sehr zum Reagieren gebracht haben. So, dann lass uns mal ganz kurz auf das Staffelfinale von Haus des Geldes gucken. Von welcher Staffel? Ja, eben mal von der dritten Staffel natürlich. Das fand ich krass. Sie waren im Wald. Ah, genau, eine Figur, die wir ganz vergessen haben, dieser Co-Inspektor, der in die Inspektora da verliebt war. Ich weiß nicht mehr seinen Namen. Ja, aber ist ja auch nicht so relevant, weil in Teil 3 spielt der ja kaum noch eine Rolle. Aber ich muss mal erstmal Respekt gehen raus an diesen Inspektor, wenn es ihn geben würde. Er hatte immer den richtigen Riecher. Er hat gemerkt, dass der Professor, also als er den getroffen hat, irgendwie seltsam drauf ist, dass der nicht ganz, ganz, ganz fein ist, hat er rausgefunden. Er ist auch dann zu dieser Apotheke gefahren, hätte ihn da fast bekommen. Und jetzt hat er den richtigen Riecher und ist da ja hingefahren, wo die sind, mit ihrem Wohnwagen. Und war in dem Wald. Also er ist eigentlich der beste Polizist. Oder? Ich kann mir aber vorstellen, dass es zumindest in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel hat er herausgefunden, dass das mit dem, dass der Professor nicht ganz koscher ist. Ja, ich kann mir vorstellen, dass er das einfach gemacht hat, weil er eifersüchtig war. Weil das ist auch eine sehr eifersüchtige Person, habe ich den Eindruck. Aber nicht desto trotz hat er ja recht gehabt. Natürlich. Das kann man immer nicht verübeln. Und ich fand das Finale gut. Der Professor ist ja im Glauben, Lissabon wäre gestorben. Und das haben sie gut gemacht. Und die haben ihn ja mit den Worten des Professors selber geschlagen, der zu den Geisernehmern meinte, ja, wenn man nur den Ton hat, dann löst das irgendwie Paranoia aus oder so. Und genau das haben die ja gemacht, als Rio diese Wanze hatte. Und das haben die auch gemacht. Die haben ja geschossen in die Luft oder auf die Erde und haben dann gesagt, hier sagt, es wäre Notwehr. Obwohl, aber war sie gar nicht tot. Und das ist clever, weil damit hat die Polizei erstmal natürlich keinem körperlich geschadet, keinem umgebracht. Und sie haben eine Information oder ein Druckmittel, was die anderen noch nicht wissen. Und das fand ich, war ein sehr gutes Finale. Ja. Und wichtig war, fand ich auch, dass es aufgelöst worden ist, weil das wäre ein bisschen billig gekommen, wenn das in Staffel 4 erst aufgelöst worden wäre. So, huch, sie ist gar nicht tot. Ja, das hätten sie auch ein bisschen gestört. Das hätte so ein bisschen gewollt geklungen. Wir gucken gleich erstmal, wie es in Staffel 4 weitergehen könnte. Und bewerten natürlich auch abschließend die Serie und gucken, wo sie dann, sag ich mal, im reingeschaut Ranking landet. Und vorher möchte ich dir noch die Chance geben, ein Spiel mit mir zu machen, etwas Geiles zu gewinnen. Und ja, los geht's, sag ich mal. Das ist ja ein ziemlich cleverer Einbruch, den die Crew aus Haus des Geldes da auch in der dritten Staffel verübt hat. Und es gibt natürlich auch Einbrecher, Kriminelle, die es nicht so clever machen. Und ich habe mir mal drei Fälle rausgesucht, wo ein Einbruch ziemlich schief gegangen ist. Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Zwei davon sind falsch, eine ist richtig. Und du musst mich die richtige nennen. Wenn du zwei von drei schaffst, dann gewinnst du einen ultimativen Preis. Und zwar, ich sage nicht, was es ist. Ich sage mal so viel, es ist eine Blu-Ray, neu, wie du sicherlich von mir erwarten kannst. Von einem Film oder einer Serie, die ich schon mal hier im Podcast oder bei Radio Bonn-Rhein-Sieg besprochen habe. Mein persönlicher Filmtipp an dich. Okay? Okay. Ich bin bereit. Sag mir, du bist bereit. Ich bin bereit. Du bist bereit. Los geht's. 2010 stieg ein Einbrecher in einem Haus in einer amerikanischen Ortschaft ein. Und er war gerade so, die Sachen am Zusammenhorten und dann kam der Hauseigentümer rein und er hat sich halt versteckt. So. Wie hat er sich und sein Versteck verraten? A. Er hatte laute Blähungen. B. Er bekam einen Anruf. C. Er musste über einen Witz des Eigentümers lachen. Also C. Habe ich schon mal gehört. Und B. Könnte ich mir bei so einer Person natürlich auch vorstellen. Aber ich denke eigentlich, dass... Also dieser Einbrecher ist schon blöd, wenn er über einen Witz von einem Eigentümer lacht, wovon ich jetzt mal ausgehe. Weil ich das schon mal gehört habe. Aber normal würde ich, wenn ich einbrechen würde, doch kein Handy mitnehmen. Wo, wenn ich geschnappt werden würde, wovon man immer nicht ausgeht, aber es eigentlich so ist. Ja. Dass ich dann noch irgendwelche Kontakte verraten würde von mir, womit ich dann Stress haben würde. Ah, du meinst so weit. Aber ich glaube, dieser Typ war nicht so schlau, wenn er über den Witz an ist. Was sagst du zu A? Er hatte laute Blähungen. Da kann man ja nichts für. Kann man nichts für, aber das... Außer an Abend nochmal einen schönen Bruneintox. Aber ich glaube, das wären... Also mich... Man würde eher sagen, boah, ist sehr dumm, wenn das Handy-Laut klingelt, anstatt das, wenn er laute Blähungen hat. Leg dich bitte fest, A, B oder C. Dann würde ich sagen, C. C, also er lachte über einen Witz. Ja. Das ist vollkommen richtig. Er lachte über einen Witz des Eigentümers und wurde so entdeckt und festgenommen. Aber alle drei Möglichkeiten wären natürlich mögliche Überführungsmöglichkeiten. So, wenn du jetzt die Fallrichtigkeit machst, dann gehört hier dieses elter eingepackte Paket. Die Leute sehen das ja nicht. Ich habe mir... Ich habe das eingepackt in ganz edles Papier. Deswegen kann es bestätigen. Ja. Das ist ja auch schön beschriftlich. Nicht Spaß, das ist noch in der Verpackung eines großen, ähm, ja... In der Lieferkette. In einer großen Lieferkette. Wie überlistete ein Ladenbesitzer 2018 sechs Diebe auf einmal? Ähm, die kamen in den Laden rein. Er sagt, er müsste erst seinen Chef anrufen, um abzuklären, ob es okay ist, die Kasse rauszugeben. Und rief natürlich die Polizei an. Ähm, er sagt, in seinem Laden gäbe es nur Kartenzahlung und dann ging die Einbrecher wieder. Oder C. Er sagt ihnen, dass sie später kommen sollten, dann ist die Kasse voller. Und hat dann in der Zeit die Polizei gerufen. Also, ich kann mir vorstellen, dass, wenn jemand sechs Diebe schlägt, auf einmal, mit diesen drei Möglichkeiten, diese Person schon ein ziemlich guter Verkäufer ist, weil er so gewitzt ist. Auf jeden Fall, ich denke, es ist wieder C. Ja. Weil ich denke, einfach Einbrecher sind, diese Einbrecher, die du mir vorstellst, sind einfach ein bisschen blöd. Äh, ja, also bisher war es ja so. Also, ähm, C sagst du wieder, dass sie wiedergekommen sind. Ähm, die sind wiedergekommen, weil der Besitzer denen erklärt hat, ja, wenn er nachher kommt, gibt's mehr Geld. Möchtest du einloggen, A, B oder C? Ja, ich möchte C einloggen. Dann logst du C ein, äh, und das ist schon wieder korrekt, das war nämlich in Belgien, in einem Tabakgeschäft, und da hat er gesagt, dass die Kasse einfach noch nicht voll ist. Dass es sich erst lohnt, wenn sie um 18 Uhr wiederkommen. Und da sind die gegangen, da hat die Polizei gerufen, da sind die echt alle sechs wieder um 18 Uhr gekommen und wurden dann festgenommen. Ja, das... Aber was ist denn das für Geschichten, die du dann, ähm, im Gefängnis erzählst, so... Stell dir mal vor, du bist da in irgendeinem Hochsicherheitsgefängnis, so, aber bist ja wahrscheinlich nicht als Einbrecher, und alle erzählen so ihre Storys, wie sie reingekommen sind. Ja, du bist ja rollbar, kein Einbrecher, ist ja eine andere Strafe dann. Du sagst dir so, ja, ich, ähm, weiß nicht. Aber ich wollte 18 Uhr wiederkommen. Ich hab aber einen guten Witz gelacht, oder so. Du hast das schon mal gewonnen, wir gucken gleich, was es ist. Ich hab noch eine Frage, die will ich einfach mal der Formalie halber stellen, weil es ist auch eine sehr schöne Geschichte. Kannst du der Formalie halber auch schon mal C sagen? Äh, wer weiß. Wie ging ein Banküberfall in Potsdam, also ein deutscher Fall, schief? Sie holten den Kontoauszugautomat statt den Geldautomaten? Oder B, das Fluchtfahrzeug hatte einen Platten? Oder C, ein Einbrecher wurde auf der Toilette vergessen? Also ein Einbrecher auf der Toilette wäre schon ziemlich lustig, glaube ich. Passiert. Glaube ich. Ich wette, es ist schon mal passiert. Ja, also es gibt so viele Überfälle. Ich kann mir vorstellen, so ein Platter, das ist natürlich nicht so cool beim Fluchtauto. Ja, kannst du deinen E-Scooter nehmen. Ja, das wäre natürlich jetzt eine neue Möglichkeit. Ey, das müsste auch hier eigentlich in die Frage aufgenommen werden. Stell dir mal vor, jemand cruisert einfach mit so einem E-Scooter da vorne. Du kannst aber mit einer Bank damit rumcruisen, das ist eigentlich ganz praktisch. Da bist du aber auch schneller mit dem Laufen. Kannst schnell schweres Beteiligstaffel 4, ja. E-Scooter. E-Scooter. Was war noch mal Antwortmöglichkeit A? Kontoauszug statt Geldautomat. Ja, ich glaube, das kann schon mal passieren. Ja, das ist so passiert in Potsdam. Und das war, habe ich gelesen, die hatten das echt lange vorbereitet und haben einfach den Kontoauszugautomat mitgenommen. Ja, jetzt haben die auf jeden Fall auch viel Papier. Auf jeden Fall viel Papier. Und vielleicht wurden sie, ich weiß nicht, ob die festgenommen wurden, da stand da nicht mal in dem Artikel. Aber das wäre schon peinlich. Ja, wäre auch eine tolle Story im Hochsicherheitstruck. Ja, auch eine tolle Story. Also ich habe mal. Die muss ich doch schämen, einfach so. Leute, ich habe Kontoauszüge mitgebracht. Ja, vor allem, es kostet ja auch richtig viel Geld, sonst. So ein Geldautomat einfach mal mitzunehmen. Das stimmt. Und die riskieren so viel davon. Und dann bekommt ihr einfach nur so unbedrücktes Papier. Was ich noch gelesen habe, da war ein Einbrecher, der ist eingebrochen und wollte so seine Stimme nicht verraten, hat so einen Zettel hingelegt, wo er schon gegeben sieht man das Geld. Da ist ein Überfall, ne? Pipapo. Und dann war hinten, weil das war ein Brief um Schark, wo das aufgeschrieben war. Und hinten war seine Adresse drauf. Ja. Also halten wir fest, viele Einbrecher haben echt viele schlechte Historie. Das macht jetzt nicht so wie ein Haus des Geldes. Ich würde dir das überreichen, kannst du mal gucken. Kann ich das jetzt schon auspacken? Kannst du jetzt schon auspacken? Ja, ey, warum schenke ich dir das sonst? Damit du das zu Hause in einer Freundin guckst? Ey, ich habe das gewonnen. Kannst du uns einfach hier das im Podcast präsentieren. Was ist es? Harrison Ford ist auf der Flucht. Harrison Ford. Auf der Flucht. Fiskasicht. Ich bin eine ganze Ecke jünger als du. Denk dran. Stimmt, du bist ein bisschen jünger, aber ich glaube, das darfst du auch schon gucken. Sehr guter Film. Möchte ich jetzt nicht zu viel zu uns sagen, weil wir gleich noch über Haus des Geldes weiterreden. Aber geht es um Harrison, also nicht um Harrison Ford, um einen Doktor, der wird beschuldigt, seine Frau umzubringen und ist auf der Flucht. Das ist echt ein Megafilm. Ist schon was älter. Aber hast du ja hier auf Blu-ray nochmal in guter Qualität. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja, vielen Dank dafür. Dass du deiner Freundin den DVD-Player mal ausspannst und dann guckst du zusammen nach Haus des Geldes auf der Flucht mit Harrison Ford. Weiter geht es im Programm. Staffel 4 von Haus des Geldes. Was stellst du dir vor? Wird es genauso wie bei Staffel 3? Wie bei Staffel 2, dass einfach die Fortsetzung ist so und der Banküberfall zu Ende geführt wird? Oder glaubst du, es geht nochmal eine ganz andere Richtung? Vielleicht geht es auf die Flucht. Netflix Geldmacherei unterstellen würde, müsste die Staffel 4 genauso ausgehen wie Staffel 2 und es müsste eine Staffel 5, eine Staffel 6 geben, bis wir irgendwann bei Staffel 72 sind. Das denkst du machen die? Das glaube ich allerdings nicht, dass das passiert. Aber ich fände es auch schade, wenn die so eine Serie nach 4 Staffeln absetzen würden. Ich könnte mir dann vorstellen, dass die in Staffel 5 Nachhammer machen oder sowas. Aber ich glaube, dass in Staffel 4 sehr, sehr viele Leute von dieser Crew einfach sterben werden. Mhm. Was meinst du? Also Nairobi ist schon erschossen. Ja, du weißt nicht, ob die tot ist. Also angeschossen. Also schwer verletzt. Zumindest. Ja. Also Rio ist natürlich quick lebendig. Der im Anführer, der Neue, der hat sein Augenlicht nicht ganz. Ja, aber das bringt einen ja auch nicht um. Ja gut, aber es ist auf jeden Fall nicht so vorteilhaft, wenn du dann noch ein Heiß zu Ende führen willst. Heiß. Also ich denke, es wird noch viel mehr Verletzte geben, vor allem von dieser Truppe, die diese Bank da wieder überfällt. Ich glaube, es geht ähnlich wie in Staffel 2 weiter, dass der wird zu Ende geführt. Aber ich glaube, dass es einen Verräter gibt. Ich könnte mir... Verräter bei den Geiselnehmern, dass der bestochen... Also entweder wird er erpresst mit Familien oder wird vielleicht bestochen durch, du kommst in Freiheit. Ich glaube, dass das wäre auch nochmal ein richtiger Plot-Twist. Und wenn ich mich festlegen müsste, wer das ist, du hast Lissabon ja schon gesagt, die ist es, könnte ich mir vorstellen, weil die Polizei halt ein Druckmittel gegen sie in die Hand. Sie war Polizistin. Vielleicht, wie du gesagt hast, dieser Satz vom Anfang ist vielleicht darauf schon bezogen. Oder, was ich mir ernster vorstellen könnte, wer denn war, wo die Polizei von dir sagt, hey, du darfst mit deiner Frau und deinem Sohn in Freiheit leben, wenn du die anderen verrätst, könnte ich mir vorstellen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es legitim, wenn er es machen würde. Meinst du, ob das moralisch vertretbar ist? Also, ja, moralisch vertretbar auf jeden Fall. Also, ja, eigentlich schon, weil er tut das Richtige. Für sich auf jeden Fall. Ja, nicht für sich. Er bringt die Geiselnehmer hinter Gittern. Eigentlich ja in jeder Hinsicht. Außer eigentlich im Zwischenmensch. Aber ich denke eh, dass die Geiselnehmer auf kurz oder lang alle verhaftet werden oder sterben. Also meinst du, im Endeffekt von Haus des Geldes der gesamten Serie gewinnt die Polizei? Ja, und ich denke, dass irgendwem ein Die versprochen wird, zum Beispiel Denver, wie du meinst. Ja. Denver diesen D dann eingeht und trotzdem ins Gefängnis kommt. Und dann dieser, und dann, und dann, und dann kommt dieser Satz, äh, kein, kein Polizist ist dein Freund. Aber was wäre das denn für eine Aussage der Serie? Das wäre, dass die Polizei schlecht ist. Und darum geht es die ganze Zeit in dieser Serie. Ja, das ist doch total, das kann, das ist doch total die falsche Message, ähm, äh, komplett die falsche Intention, die da, die da verbreitet wird. Nein, Dick, dann besteht bis zum Schluss noch Sympathie mit den Geiselnehmern. Pfff, glaube ich nicht, dass sie das machen. Ich glaube, es gibt einen Verräter und die anderen Geiselnehmern. Ich glaube, ich weiß, ich weiß es nicht. Also wir sind gespannt, wie es in Staffel 4 weitergeht. Ich bin, äh, mega gespannt. Also ich weiß nicht, ob einer angekündigt ist, ich gehe aber stark davon aus. Besonders freue ich mich auf, ähm, diesen Co-Inspektor von der Inspektora, der wieder da ist, ähm, freue mich auf Denver und Lissabon. Und, äh, was ich mir auch noch vorstellen könnte, dass es da vielleicht schon ein bisschen Beziehungen, so, bis ich meine, Denver ist in dem, in der, in der Bank, ähm, Stockholm ist in der Bank und jetzt auch Rio und Tokio. Nein, nicht Rio und Tokio. Wie heißt der, ähm, der reingesprungen ist, der, äh, Direktor der Banken- und Druckerei. Ah, Arturo. Arturo, und dass Arturo da drin ist. Und die waren ja auch mal, äh, ein paar, mehr oder weniger. Vielleicht könnte es ja so sein, dass sich da ein bisschen was verschiebt. Glaube ich zwar nicht, jetzt fest dran, aber es wäre auf jeden Fall die Möglichkeit irgendwo. Oder? Glaube ich eher nicht. Also ich glaube, dass Denver und Stockholm eine ziemlich enge Bindung zueinander haben. Aber wer weiß. Ich bin mega gespannt, ähm, schaust du die dritte, äh, vierte Staffel an? Natürlich, auf Englisch. Oh, auf Englisch, ich gucke, ich, ähm, yo, ähm, sello la telenovela en España porque yo estudia España en el escuela, ähm, por cuatro años. Gracias. Ich schaue es mir nur auf, ähm, deutsch an, tut mir leid. Ähm, würde ich sagen, reingeschaut, Schlussrunde, ähm, Skala, eins bis fünf. Du kannst gerne auch halbe oder drei Viertel, ähm, Sterne geben. Wie würdest du nur der dritten, nicht der ganzen Serie, nur der dritten Staffel von Haus des Geldes geben? Ähm, generell? Äh, nur die dritte Staffel. Ja, ich meine, äh, unter allen Bewertungskriterien, die ich persönlich anführe. Unter allen Bewertungskriterien bitte mit, mit Erklärung. Äh, fünf ist das Beste. Mit Antwortsatz. Fünf ist das Beste. Ähm, meiner Meinung nach, ähm, also vom Actionfaktor ist es auf jeden Fall eine 4,5 bis 5. Lagen wir mal eine 4,5, weil die müssen ja eigentlich immer bei jeder Staffel was drauflegen. Dann von den Personen her, von der Charakterentwicklung, gebe ich mal vier, vier Sterne. Ähm, von der Storyline, ja, ist eine 4,5, ist jetzt nicht groß anders als im ersten Teil. Ja. Ähm, mich, also ich finde es cool, dass mit diesen roten Koffern, die die raustragen und dass da so eine Wendung kommt, dass sie einen dritten Druckmittel haben, aber dieses Druckmittel kaputt gemacht wird von den neuen, ähm, Inspektoren da. Äh, ich würde mal sagen, grundsätzlich ist das eine 4,5 und ich überlege mal, ob das dann in Staffel 4 eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommen könnte. Also insgesamt sagst du? 4,5. 4,5. Ähm, ich finde auch, ich hatte schlechte, also ich hatte, meine Erwartungen waren sehr gering an die dritte Staffel, weil ich dachte, die Geschichte ist eigentlich auserzählt, aber es war eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Ja, klar, sie sind wieder in ein Gebäude rein, aber ich fand einfach das Verhältnis, dass die Polizei jetzt stärker oder vielleicht, oder gleich gut ist, ähm, hat das nochmal richtig spannend gemacht. Ähm, die Gruppe ist auf jeden Fall anfälliger für Probleme. Ähm, und ich würde sagen, es ist, die Staffel hat gut mitgehalten mit den ersten beiden und ich bin auch gespannt, was jetzt in der vierten kommt. Und ich würde insgesamt, ähm, auch, ja, nicht 4,5, ich glaube, ich gebe vier. Und, äh, damit wäre die Serie bei 4,25 Sternen insgesamt. Und um das mal ganz kurz einzuordnen, von allen Folgen, die wir jetzt bisher reingeschaut gehabt haben, ganz hinten, High Seas, äh, 2,5 Sterne, Platz 2, Hanna, 3,75. Und die Umbrella Academy mit 3,8 auf Platz 1, momentan, die jetzt aber abgelöst wird von Haus des Geldes, Staffel 3, die bisher beste Serie, die wir hierbei reingeschaut hatten. Ähm, das ist ein Ergebnis. Ich, ich bin gespannt, ähm, ob das jemals geschlagen werden kann. Haus des Geldes, Staffel 3, seht ihr jetzt auf Netflix. Wenn ihr sagt, ähm, ja, Netflix, äh, habe ich schon durchgespielt, ähm, kann ich euch noch ganz viele andere Sachen geben. Ihr könnt zum einen die letzte Folge hier von reingeschaut anhören, da war, äh, Hanna zu Gast. Und wir haben über die spanische Netflix-Serie High Seas, äh, gesprochen. Kann man sich auf jeden Fall anhören. Ähm, dann war ich letztens auf der Filmpremiere von, äh, Gut gegen Nordwind. Äh, habe mir den Film da angeguckt und Interviews mit, äh, Nora Tschirner, Lisa Tomaschewski und vielen anderen geführt. Das hört ihr auf www.medienwerkstattbonn.de. Einfach mal Google eingeben, dann findet ihr da, ähm, den ganzen Bericht. Ja, guckt auf jeden Fall die anderen Folgen hier von, von reingeschaut noch an. Und dann wünsche ich euch noch einen, ja, entspannten Tag, Morgenabend, je nachdem wann ihr das hört. Und, ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald. Danke, Simon, dass du heute hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, ähm, wir sehen uns, äh, wir sehen uns wieder spätestens bei Haus des Geldes, Staffel 4. Danke, dass du heute mein Gast warst. Das war reingeschaut. Ich sage danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen.